Es gibt viele gute Gründe, die Linke nicht zu wählen. Sie ist manchmal anstrengend. Hin und wieder streitet sie heftig mit sich selbst. Aber sie geht den Richtigen in diesem Land auf die Nerven. Sie stellt Fragen, die für andere längst beantwortet sind. Sie ist die einzige Partei in Deutschland, die über das Tagesgeschäft hinausdenkt und mit Leidenschaft eine Vision verfolgt. Und sie wankt nicht, wenn es ums Ganze geht. Um den Frieden zum Beispiel, um Antifaschismus oder um die Verteidigung sozialer Rechte. Sie bereitet mir gelegentlich Kopfschmerzen. Aber darum wähle ich sie erst recht, die Linke.